So meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays aus Park the Stick of True. Oh, da stoppt, er war halt. Und wir starten gleich mal wieder in einen Kampf. In einen Kampf, einfach weil wir's... Weil wir's können. Und auch Butters schlägt gleich nochmal richtig zu. Einmal. Obwohl Butters eigentlich ein schlechter Bekleider ist, davon abgesehen. Konterhaltung. Und jetzt schmeißt er, ah ja, toll. Er heilt ihn auch noch, so eine. Ah ja, scheiße, ist ja ein Konter. Ah, toll, selber versaut. Fähigkeiten einsetzen. Zorn der Elfen, Angriff erhüllt. Ah, Christian Tanner hier auf dem Rübel, du wilde Macht. Okay, Pfeil und Bogen raus. Moment, wir sind das, was er nicht ablehnen kann. Also, gehen wir an einen Mörder, was ist das natürlich... Oh, Shader einmal Kenny, bitte. Ach, die Begleiter sind sehr gang, sag ich dir, wie's ist. Bam, Junge! Down ist er und jetzt Kenny, knutsch ihn, Verzauberung. Und Tiddies! Angriff verringert. Und jetzt greif ihn mal richtig an. Ah, halt, ne, du hattest ja noch die Fähigkeit hier. Äh, was nennen wir denn mal? Pelzige Freunde! Oha! Okay, war das jetzt so geplant? Kein Plan, aber wir sollen zurück zu Cartman, soviel weiß ich schon mal Bescheid. Und Cartmans Bude ist Innenstadt, ist Cartmans Barstelle, ist Cartmans Bude. Moment, es ist ja in der Aufwertung verfügbar. Äh, Blitzkraft gibt's halt erst auf Level 6, deswegen werden wir den, äh, Feuer des Atmens schießen mich tot. Ja, möchte ich, äh, gerne aufwerten. Level 4, diese Fähigkeit wird, äh, bei einem perfekten Einsatz erhöht. Messerbunny in 1 und hier 40 Mana, Drachenschrei, Zauber. Hm, 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 hm. Ja, 40 Mana. Hab mal Mana, das ist wohl das Problem. Ja, Mann. Ja, Mann. Dank an der Neukid, unsere ganze Armee ist entzündet. Das ist meine Meinung, dass der Neukid deserves zu ranken in Level. Um zu honor seinen Efforts, er wird nicht länger bezeichnet sein. Neukid, ich werde dich hierbei bezeichnen, Sir Douchebag. Congratulations. Ha, 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 ha. Aber jetzt ist es Zeit für uns zurückzuziehen, das, was uns rechtfertigt ist. Ein Carrier-Raven hat mit News, dass der Stück der Wahrheit noch nie wurde in den Elben Forest. Er ist in der Possession der Bard. Ha, der Bard? Oh Gott, nicht der Bard! Der Bard ist ein Level 10 Drow-Elf, der kann die Magik benutzen, um ihn zu zerstören und zu zerstören. Sind Sie bereit, um Ihre Training zu fortsetzen? Dann mach Haste an die Training-Grunden. Du bist sassbar. Ich drücke ihm, um zu sehen, was du bekommen hast. Na, gucken wir mal. Erstens habe ich eine neue Waffe erhalten. Das Haupt der Stauerkunst und Keule der Heilung. Interessant, die nehmen wir natürlich. Dann haben wir hier noch einen Völkerball. Interessant. Ein, äh, ja, ist sogar besser. Der Rechte-Truppe des Maklers ist ebenfalls gut. Ja, passt. 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 Ne, brauche ich nicht. Hm. Ich hab Video schnell und wütend. Ah ja, das kann man ja hier einfärben. Das sieht aus scheiße aus. Okay, passt. Hä? Ne. Das? Das ist gut, keine. Und dann? So, ich habe einen Ranget-Magic-Attack. Es ist nicht einfach. Aber ein Ranget-Spell von einem Stuhl kann, kann dich in der Kampf zu retten. Ich habe einen Test. Ja! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic and throw it at your opponent. No, no, no. You gotta fill your hand all the way. Remember, hope in one hand and fart in the other. And you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic and throw it at your opponent. Whoa. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey! Hey, Malkusen. Malkusen, could you come help us with something? She's gonna be sweet. Yes? Hey, Scott. Could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try to move. I'm glad. Now, Douchebag. Cut the spell! Come on, Douchebag, let us slip right through your fingers. Try again. Okay, halten. Hmm... I'm glad you've got a mess. What? I'm glad you're not doing it. I'm glad you're standing. I'm glad you're coming. Correct the Bard is hiding out at the end of the giggling donkey We must find him before he's able to take the stick back to the oven first Make haste to the giggling donkey Zu den Waffen quest erfüllt new quest Der Barde Kommt da noch was Ich guck mir das gerade mal hier alles von innen an Danke, sieht schon besser aus Äh, trifft Cartman vor der Tawanne zum Kirsch in den Esel, um, ja Äh, warte mal, bringe an einer Wetterbahn an, ich muss gerade noch mal gucken, wo das ist Gucken wir mal Ach da oben, ach du Scheiße Äh, gibt es jetzt keine Schneereisebefehl mehr hier? Ich würde hier durch Cartmans Wohnung durch, oh man Ah, okay Hier ist es, der Ende des gigglinges Donkeys Hier ist es, der rumgeläge ist A glass of Meadow wine, bitte A glass of Meadow wine, please A glass of Meadow wine, please No Meadow wine today, only fairy ale A pint of Fairy ale, then So, has, um, anyone seen the Bard lately? Was ist der Douchbag? nicht zu entfangen. Lass ihn nicht zu dir kommen. Ja, das stimmt. Du denkst, der Bart ist wirklich hier unten? Aha, einen USB-Stick für 50 Cent. Okay. Guck mal, wer die Hände ist. Ich denke, ich höre ihn. Hallo? Ja, den ist er doch. Oh Jesus, es ist der Bart! Ja, das stimmt. 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 Guck mal. Ja, das stimmt. Das ist doch so geil. Schaden mit der Zuhu, Konterhaltung, kein Problem, auf jeden Fall Getackte Pfeile Scheiss Dreck Ich habe ein schönes Lamm, das sie aufgestellt hat Die Maiden von Stoneberry, die auch deine Mutter ist Okay, Völkerball Äh, die Waffe bringen, rechne Maustaste So, warte mal, ich sehe ja noch relativ gut aus Können wir hier, was konnten wir gleich noch mal gegen Konter, gestärkte Heilung, bla 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 Ja, unendlich mehr, 50% der Leidfeuerschaden Naja, ist ja alles in Ordnung Heiler in der Berührung, nicht wirklich Fähigkeiten Äh, auf den, ja Widerbelebung hatte ich irgendwo mal hier, Widerbelebungsdrang benutzen Widerbelebung hatte ich irgendwo mal hier, Widerbelebungsdrang benutzen Widerbelebungsdrang benutzen So, sehr schön Fähigkeiten Atem des Drachens In your face So, ich stelle noch relativ gut aus, deswegen Angriff Ich habe eine schöne Lanz, die sie aufbaut Ich habe eine schöne Lanz, die sie aufbaut Die Maiden von Stoneberry, die auch deine Mutter ist, die auch deine Mutter Okay Bumm, Junge, wunderbar Okay, mal gucken, wir können ja jetzt hier eigentlich schon mal sinnvoll unsere Dinger Alles nehmen, bitte Äh, sinnvoll nutzen Tippe eh um meine furzgrane Eier Ah, nice Oh, zuhgang Oh, zuhgang Hey, zuhgang, auf hier Äh, zuhgang, auf hier Äh, das ist noch mal ein Dottor Sehr freundlich Hey, Sir Doosbag, auf hier Hm Warte, wir können ja gerade mal gucken Hey, Sir Doosbag, auf hier Sehr freundlich Sehr freundlich Ow Ow Ow, my ankle I, I think it might be broken Maybe I should take a look at it Yes, Sir Eh, is a funny Thank you, noble paladin My wound is healed Can you get us upstairs? I think they locked us out Nothing, a level 12 thief can take care of You guys go ahead Scheiße, war zu So Hat leider nicht mehr dafür gereicht Für meine Idee Angriff erhöht Okay, den Kampf machen wir noch Dann sind wir dann für den Part Auch schon wieder fertig Dann sind wir für den Part Auch schon wieder fertig Reflektionshaltung So, Schild 1 im Arsch Ist auch immer noch Reflektionshaltung Das ist kein Problem Wunderbar, weg damit Gegner brennt Oh, Rüstung mal 2 Okay, kein Problem Keule der Heilung Okay, kurz hier Guck mal Was es hier noch so Anfähigkeiten gibt Guck mal was es hier noch so Anfähigkeiten gibt Okay, Magie Vögerball Ach, scheiße, das war der Rotz mit Reflektieren Stimmt ja, Reflektieren war ja der Rotz Okay, dann halt nochmal Äh, Heilende Berührung Äh, untersuchen Fähigkeiten, hab ich leider auch keine mehr da Äh, nicht wirklich, äh, ne Werden ich untersuchen, gebt mir mal den hier Mist, war zu früh Okay, Butter's Down, kann mir jetzt aber erst mal egal sein Fähigkeiten Jetzt können wir mal jadeln des Drackens Darum ziehe ich denen gerade kaum noch was ab Darum geht es mir gerade mal Äh, Gezränke, Gesundheitstrank Gesundheitstrank, Machtdrank, groß So, Tod, äh, Heiltrank Was haben wir negativen Statuseffekte? Nein Machtdrank, groß, benutzen Ach, trotzdem, oh, bloß 1 Schaden, hä? Reflektionssaldo Aua, fucking Weiter, weiter Mist Na gut, Leute, dann war's das erstmal für den Part Wir sehen uns dementsprechend im nächsten wieder Haben wir unseren ersten Kampf mal verloren Passiert auch Wir sehen uns, wenn euch der Part gefallen hat Hinterlasst die Pussy-Wertung vor meines Däumchens Bis dann, ciao Bis dann, ciao Untertitelung. BR 2018